Jutschi Leute, willkommen zu meinem Siedlisch auf Zelt. Ich rufe es auf dem Wald, Acker, ryanische Dunkelmaterie-Fabrik. Ich habe ehrlich gesagt Schiss. Ah ne, da vorne bekomme ich ja. Das, ja, runter ist gut. Weil von dem Zeug nehme ich ja Schaden. Das habe ich schon festgestellt. Kann sich Link eigentlich auch festhalten, so? Okay, wir können es ja mal riskieren. Und der ist da ziemlich sauer. Aber den ignorieren wir einfach mal. Gut, hier kann er sich... ... kann sich Link erholen. Ach, jetzt verstehe ich. Jetzt verstehe ich. Hier ist... Hier war ja auch diese letzte Festung, bevor die große Beherung ja das Land verwüstet hat. Und hier ist halt diese ganze komische Schlamm von Ganon. Annen und das ist dann praktisch hochgesprossen. Also, ich meine, der Turm ist in dem Mund hochgesprossen. Also, ich meine, in dem Moment, wenn wir die Türme, ich sag, erweckt haben... Da, ja, da ist der Turm praktisch aus dem Schleim rausgekommen. Okay, riskieren wir es mal. Ja. Den kommt auch nicht weiter, toll. Okay, damit hat sich die Sache erledigt. Und der ist pissig. Okay, soll er von mir aus? Soll er von mir aus? Ich habe nämlich keine Probleme damit. Nein! Oh! Ähm. Okay. 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 Ach ja, das hossige Schwert. Nein. Ich wollte es wegschmeißen. Weil... Ich kann es nicht wegwerfen. Hm, okay. Komm, wir können das Huck nicht überwinden. Und er hat... Was tust der Typ da? Ah ja, ist gut. Okay, ich muss einen anderen Weg finden. Eigentlich, ich schätze mal, das müsste auch zu schaffen sein. Oh. Äh, lacht er jetzt gerade? So, jetzt habe ich... So, jetzt habe ich die Fee vergeudet. Und da ist auch nichts irgendwie, was... Ich sollte mal wieder ein paar Fee einsammeln. Was muss doch hier mit Möglichkeit kommen, da hinzukommen? Also da den Turm zu besteigen. Aber nur wie? Aber ich glaube nämlich nicht, dass da ich das... Uah! Oh! Ich glaube nämlich nicht, dass da irgendwie ein Mittel gibt, um das Zeug zu neutralisieren. Das glaube ich nicht. Das ist von Ganon, beziehungsweise von Ganon. Äh, und das ist ja... Ernsthaft? Was tust du da, Bahn? Also ernst, äh, so kommen. Ach, das ist doch jetzt... Link, jetzt hör auf da mit dem Scheiß, okay? Muss ich auch noch dagegen steuern? Muss ich auch noch dagegen steuern? Ich meine, hey, ist ja nicht so, dass du dann, dass du einem ein bisschen zu viel gehst, du anschließend dann auch abstürzen tust. Aber wie soll ich da hinkommen? Der ganze Turm ist dann von dem Zeug... Das Blöde daran ist ja auch... Ach, na toll. Ach, das darf doch nicht wahr sein. Der ganze Weg ist umsonst gewesen. Scheiße. Ah, der ganze Turm ist voll von diesem Zeug. Wie soll ich den Turm da besteigen? Link! Boah, ey. Lass den Scheiß. Hier, auch nicht. Ich kann drehen und wetten, wie ich will. Ich komme da gar nicht hin. Weil ich nehm... Toll. Ich kann nicht den Turm aktivieren, weil ich da nicht hinkomme. Weil... Weil, wenn ich was hier so sehe, ist es überall dort, wo ich da hin muss, wo ich da lang muss. Das ist sozusagen wie ne Barriere, verdammt. Ach, toll. Nö. Hm? Ne. So war klar, kann ich nicht so gleiten. Ich kann zwar, was war... Also was ich so gedacht habe, gerade mit diesem Torbogen da, dass ich da eventuell hochklettere und da mit dem Paar vielleicht funktionieren. ähm... Das wäre eigentlich gar nicht mal schlecht. Dann habe ich nämlich das so geschafft. Gut. Gut. Also dann... Ach ja. Ach... Ich glaube, futtern wir mal wieder gut. Das wäre wirklich mal nicht schlecht. Nein! Auf den... Toll. Das war ja wirklich ne Skylorakarybdis-Situation. Toll. Aber wie komme ich jetzt? Das könnte klappen. Neu Versuch, aber auch klug. Ach, scheiße. Mein Onkel kommt selten allein. Ich verlink. Der Blutmode ist wieder zurück und dann kommen wieder Gegner und so. Hm. Futter mir mal was. Okay. Rissetieren müssen wir. Gut. Er hält sich automatisch fest. Natürlich wird da auch gleich jetzt wieder mehr Monster kommen, weil Blutmode und so. Coّ? Ach... Was Pfehl protocol ist hier? Oh, ja. Aaron. Alter, was? Alter, was? Ich hasse das! Diese Scheiße hat er immer... Boah, zum dritten Mal, dass ich das erlebe und es ist so unheimlich. Ach, ich geb mir Mühe, Prinzessin. Ach ja, natürlich sind die ja da. Alter, ich hasse das, was zur Hölle ist mit Link los, dass er... Also, was zur Hölle ist mit Link los, dass der Typ immer einfach loslässt und dann abstürzt. Wo komme ich zum Torbohrer? Kann ich da auch so vorbei an dieser komischen Pampel? Ach, der Typ war schon die ganze Zeit ja noch mal da gewesen. So anscheinend, ich weiß, was Stufen sind. Würde ich einfach den ignorieren. Wer hätte gesagt, wäre mir echt lieber, wenn ich es wirklich schaffen würde, den Ton zu aktivieren. Also, wo ich jetzt so hier bin und nicht später. Weil nochmal an diesen... Ne... Machen wir es so... Okay, was meinst du, Link? Könntest du es schaffen? Naja, futtern wir... Ne, das nicht. Futtern wir mal lieber vorsichtshalber. So. Er muss da irgendwie ganz knapp da vorbei. Komm, Link. Gut. Gut. Okay. So. Jetzt heißt das springen. Natürlich hat es nicht geklappt. Ich glaube es nicht. Scheiße. Der Typ mit dem Eisfallen ist wieder da. Wo bin ich jetzt? Hä? Wie habe ich denn das hingekriegt? Aber kann ich das nicht irgendwie... Oder kann ich doch einfach mal... Ich meine... Er kommt nicht weiter. Nein. Toll. Verdammt. Ja, erneut versuchen. Verdammt doch mal. Ich versuche es trotzdem noch... Äh. Also Freine sind jetzt nicht das Problem, sondern eher das... Ja. Ach. Ach, da bin ich jetzt. Oh. Na bitte. Geht doch. Scheiße. Okay, okay. Ja, ich habe verstanden. Ich bin Scheißsänger, Mann. Ich habe es kapiert. Ach. Alter. Okay. Das... Okay. Die... Das... Also... Sag mal... Die Steine am Hinterkopf. Das nehme ich mir in Kauf. Also warte. Du bist scheiße! So kam es mir gerade vor. Aber interessant, dass es diesmal funktioniert hat. Okay, aber... Okay, ist das so kalt? Was zur Hölle? Lässt er jetzt los, dieser Vollid... Ja, ist gut, ist gut. Du kriegst ja was Warmes. Äh. Ich meine, wozu hab ich... Wenn auch sein, das ist okay, Div. Oh. Äh. Äh. Ach, er hat... Ach du Schone, ich habe das gerade das Beste genommen. Also das am längsten... Okay, lassen wir es mal lieber. Okay, was soll's. Wir wollen ja auch erst endlich es schaffen. Und wenn der Link mir jetzt... Jetzt schlapp macht, so sagen, dann ist das auch nicht das Wahre. So. Und drei oder vier Minuten gehen da sehr schnell vorbei. Na toll, die Zeit ist vorbei, aber das will ich jetzt nochmal schnell machen. So. Aber... Aber... Den Rest sehen wir in den nächsten Part, Leute. Also... See ya, Madani. See ya, Madani.